Dieser Ford Rhein-Genit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester bis 2 bis 2 bis 3 bis 3 bis 3 bis 4 bis 3 bis 3 bis 3 bis 4 bis 4 bis 4 bis 3 bis 4 bis 4 bis 5 bis 3 bis 4 bis 4 bis 4 bis 3 bis 4 bis 4 bis 5 bis 6 bis 4 bis 4 bis 4 bis 4 bis 5 bis 4 bis 5 bis 4 bis 4 bis 5 bis 5 bis 5 bis 4 bis 5 bis 4 bis 4 bis 5 bis 5 bis 6 bis 5 bis 5 bis 5 bis 6 bis 5 bis 8 bis 5 bis 6 bis 6 bis 6 bis 15 bis 5 bis 6 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 bis 7 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 6 bis 8 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 6 bis 7 bis 7 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 7 bis 6 bis 7 bis 7 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 6 bis 7 bis 7 bis 7 bis 6 bis 8 bis